Die 24. Internationale Friedensfahrt, Corse de la Pays, fand vom 6. bis zum 21. Mai 1971 statt. Die 24. Auflage dieses Radrennens bestand aus 14 Einzeletappen und führte auf einer Gesamtlänge von 1895 Kilometer von Warschau über Berlin nach Prag. Mannschaftssieger war die UDSSR. Der beste Bergfahrer war Jean Van de Ville aus Belgien.